Die sichere Online-Identifizierung mit digitaler Vertragszeichnung beim Abschluss Ihres Vodafone-Vertrags. Mit WebID Solutions schließen Sie Ihren Vodafone-Vertrag online ab, sicher und rechtsgültig. Hat Ihre Bestellung geklappt, kommen Sie zu unserer Online-Identifizierung. Das ist bequem, sicher und geht ganz schnell. Außerdem sind Sie flexibel, wer Ihre Ware annimmt oder wo Sie die Lieferung abholen. Wählen Sie dazu während Ihrer Bestellung im Warenkorb die bequeme Identifizierung per Online-Ident aus. Nachdem Sie Ihre Bestellung bei Vodafone abgeschlossen haben, startet die Überprüfung Ihrer Identität für den Vertragsabschluss. Sie brauchen gleich Ihren Ausweis, also Personalausweis oder Reisepass. Sie können sich online auch über die WebID-App identifizieren. Sie bekommen sie kostenlos im App Store oder im Google Play Store. Sie möchten sich mit der App identifizieren? Dann bekommen Sie eine Vorgangsnummer per E-Mail. Sie gilt sieben Tage. Öffnen Sie die App und geben Sie Ihre Vorgangsnummer ein. Nun beginnt die eigentliche Identifizierung über einen Videocall. Ein WebID-Mitarbeiter führt Sie ganz einfach durch den Prozess. Halten Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass vor die Kamera Ihres Geräts. WebID prüft die Echtheit des Dokuments und die Übereinstimmung mit Ihrem Gesicht. Geben Sie die sechsstellige TAN ein. Sie haben sie per SMS bekommen. So schließen Sie den Vorgang ab. Wurde die Identifikation bestätigt, erfüllen Sie alle Voraussetzungen für den digitalen Vertragsabschluss. Sie haben es fast geschafft. Der Videocall schließt sich. Jetzt müssen Sie nur noch unterschreiben. Dazu startet nun für Sie die digitale Vertragsunterzeichnung. WebID zeigt Ihnen jetzt alle Dokumente an, die Sie nochmal in Ruhe prüfen können. Um Ihre Dokumente rechtskräftig unterzeichnen zu können, wird für Sie automatisch und kostenlos ein digitales Zertifikat bei unserem Partner für Vertrauensdienste angefordert. Vergeben Sie ein Passwort. Sie können es sich aussuchen. Es gilt nur für diesen Vorgang. Um das Zertifikat zu aktivieren, bekommen Sie eine TAN per SMS auf Ihr Handy. Geben Sie sie innerhalb von 5 Minuten in das entsprechende Feld ein. Prima, das hat geklappt. Ihr Zertifikat ist jetzt aktiviert. Stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertrauensdienstleisters zu und identifizieren Sie sich mit Ihrer Handynummer und Ihrem eben vergebenen Passwort. Sie bekommen jetzt Ihre abschließende TAN per SMS auf Ihr Handy. Geben Sie Ihre TAN jetzt in den Bereich für die rechtsgültige Unterschrift ein. Fertig! Sie haben Ihre Dokumente digital und rechtskräftig unterzeichnet. Sie können sie jetzt herunterladen oder nach 48 Stunden auf meinvodafone.de abrufen. Sie erkennen den Zertifikatsstempel auf dem Dokument als Nachweis der digitalen Unterschrift. Diese digitale Signatur gilt genauso wie Ihre eigene Unterschrift. Ihr Paket wird schon bald bei Ihnen ankommen. Viel Spaß mit Ihrem neuen Vodafone-Produkt. Die sichere Online-Identifizierung mit digitaler Vertragszeichnung.